bereits der 7h denn Aufnahme hat gestartet weil ich sage herzlich willkommen zu le- Leid of legends Lets playu leid of legends Nnennennen nautillus Nnennennen nautillus Mit den Rezzzzzzzzzzzzzzzzx Und er spielt ihr Ttttt Tмо Ttthttmo Und du musst nix da sein Xaviht? Tmo? Tmo Timoo Temel, Temel. Dann den Rei Juku mit Lulululuk, Luchilux und Lutizifar mit Nasos, den komischen Hund. Hundesohn. Ich bin ein Hund. Hundesohn bist du. Ja, aber der macht sogar. Und Nikoninikotel mit dem... Arthrox. 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 What the fuck? Gehen wehden! Lauf, Junge! Die in Vaden! Gehen wir mal weg, die in Vaden! Oh, was macht ihr da? Die in Vaden? Liko, du bist tot! Die Finsen und der... Die in Vaden? Moooooh! Halt doch die Schnauze, ich nehm' auf! Ja, wir können doch nicht so viel... Wenn ihr fällt! Oh Gott, ist das schon nicht! Ist mir doch scheiß egal! Der ist doch echt! What the fuck! Die wollen uns... Alter, die wollen uns killen. Die lassen uns hier nicht mehr raus. Das wird, glaub ich, am Montag hochgeladen. Ja, ja. Achso. Oder? Oder? Kann ich jetzt meine Mitteln wieder? Ja, am Montag. Die meint halt schon der Mittelpunkt. Oh. Geh mal voll, das ist noch passiert. Ja, sorry. Nein! Nein! Tüten, tüten, tüten! Tüten, tüten, tüten! Tüten, tüten! Tüten! Oh! Oh mein Gott! Oleg, Kevin Horst! Ja, danke der... Die sind aber nett. Oleg, Alter, die haben einen Wörter auf der Tierwuppen-Scheiß-Game. Der Tierwuppen-Scheiß-Game, Alter. Die sind schwarzen. Die sind schwarzen. Die schwarzen. Die schwarzen richtig hart. Also, auf der Bot ist kein einzigster von denen. Alter, Leute. Komm weg, komm weg, komm weg. What the fuck. Die wollen unbedingt zur ersten Teil, Alter. Ach, du scheiße. Warte, lass, soll wir hochgehen, Pity? Ja, das ist dämlich von uns, weil wir dann verlieren. Nee, lass machen. Wie kennen die doch? Komm, lass machen. Mann, die Cassiopeia. Nein, die sind immer noch hier! Ja, die sind okay, geil, auch fein. Warte, wir kommen hoch, warte, wir kommen hoch. Alter, what the fuck. Alter, nein. Alter, nein. Oh, what the fuck, Alter. Was ist das hier? Ein Scheiß-Game fängt schon an. Du hältst ein Interesse. Alter. Ich bin Level 1. Wir haben uns alle getötet. Gut. Alter, kannst du knicken, ja. Hier ist die schon verloren. Der hat schon den ersten Turm auf der Top. Nein, oder? Doch, doch. Wir machen wieder. Alter, ich bin Level 1. Der Atmos ist Level 3 Uhr. Ich bin Level... What the fuck, ich hab noch... Pity, lauf, los. Ja, ich lauf nicht schneller. Ich verarsch die mal grad. Ich verarsch. Bis mit ihm, bitte. Lass es. Alter, jetzt kriege ich einfach noch Babys auf Doom, ey. Alter, ich bin der mit Einzug. Ach so, irgendwie. So, lass jetzt Bord gehen. Alter, die Kasse und Pyre, die geht mir jetzt schon auf die Eier. Ja, toll. Die Kasse und Pyre, die geht mir jetzt schon auf die Eier. Die haben wir ja... Vor allen Dingen, wir haben grade für die gekillt. Ja, ihr zu zweit. Ich bin aber zu doof dafür. Alter, what the fucker... Verdammt, die in Wales, alter. Lass sie mal durchpushen. Lass sie mal pushen. Okay. Ach so, du bist auch noch hier. Bist du überhaupt schon mal Bord gegangen? Wir waren beide grade bopflos. Da ist keiner von denen. Alter, ich verstehe! Alter, der hat schon ganz savage! Wer? Der hat schon zwei Kills. Und ich und Timo haben einen. Okay, der hat nicht schon verloren, ne. Alter, der hat hier ist verloren! Ich bin Level 1, ich kann doch nicht mal die Golems machen. Alter, Timo ist höher als ich und der ist eigentlich Bot, das soll ich schon in der Midlane? Ja, aber er ist ADC, er kriegt die Kills. Ich halte mal oben auf der Top, nee, Top ist ungefähr. Ja, Gert, jetzt brauche ich dich auf der Bot. Ich komm runter, warte, Peti. Pass auf, Alista und Jinx laufen inzwischen Hecke da. Ich hab schon Level 4 hier, Alter. Level 12! Alter, der ist 3 Level bei mir! 3 scheiß Level! Die sind Level 2, ey, ich bin Level 5 gleich! Ich krieg noch nicht mal die Gole und die Fin, weil die die... Ja, ja, Peti! Los! Tevin, ich hab schon... Ich kann meine ganzen Mühle vor Versehen verbraten. Aber ich hab ja noch nicht mal Flut drin, dass ich die irgendwie... Alter! Ja! Geht nix! Ich kann nix machen, der ist 3 Level ahead! Ich kann auch nix! Alter! 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 Ich kann nix machen! Ich kann nix machen! Ja, ich auch nix! Niko, komm herr mich auf die Top, dann wird's nix! Niko, komm herr mich auf die Top, dann wird's nix! Niko! Bei mir auch, Niko! Du musst rechnen, dass du stirbst! Ja! Ja! Weil die Castio feiert uns ganz zu wissen! Ja, hättest die mal angreifen sollen! Ja, hättest die mal angreifen sollen! Ja, ich weiß! Hol' ich sie mir! Alter, ich bin jetzt schon zum vierten Mal weg! Ui, ich bin gestorben zum ersten Mal! Alter! Ja, ich noch nix, aber trotzdem! Ich weiß, ich bin schon mal! Alter! Der Autilos hat 3 Kegel! Das geht gar nicht! Ja! Und? Kommt gut für mich! Lass ihn angreifen! Alter! Niko ist erst... Niko ist erst 2! Jetzt geht's! Wo ist denn der Fuller, Alter? Hat der schon? Hat der schon? Ah, scheiße! Ja, warte! Der gleicht wie so ein Tier, Alter! Niko geht fast dreckend! Ja, wenn ich... RSS! Kevin, bitte! Was soll ich machen? Ich hab Jungler-Item! First-Item! Oh, Alter! Ich verkauf Jungler-Item! Ich mach Normal-Item! Ja! Top-Land! Naja! Geht nix! Ich bin noch Top-Land, Alter! Ich bin denn jetzt rein! Bitte! Wenn ich jetzt anfange, äh... Der geht nicht auch! Oh, ist weg! Die Gegner hat einen Turm zerstört! Top-Land! Los! Los! Die Castle-Feier ist schon nix! Wow, der hat Funktion schon sieben! Ach du Scheiße! Der hat drei Kitsch! Ja, der hat drei Kitsch! Was ist denn noch zu viel? Halt! Die... Die Tower läuft mir Spaß! Ja, genau! Lass uns lauten! Wir sind lauten! Wir sind lauten! Los! Und tot! GG! Los! 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 Ich bin tot! Der hat mich Tower gedreift! Wer ist Exit-Dot? Der Nasus! Was? Was? Ja! Keine E-Mache! Blutrund! Das ist kein E-Mache! Du hast einen Autos? Hä? Ähm... Ich hatte einen Autos versucht, aber... S11! S11! Geh ein bisschen zurück einfach! Ich bin auch gleich wieder da! Warum? Warum? Musst du mir den einzigsten? Ich will das gerne machen! Dann mach's dir! Ich bin den einzigsten! Junge! Ich hab mal grad 24 Stacks drauf! Ah man! Äh... Du hast aber... Drei... Das wird ja noch lustig! Und du hast schon ein Ulti! Ja toll! Boah! Boah! Ich hab auch schon ein Ulti! Babys ist auch cool! Oh, wieviel Damage die Cassiopeia drückt! Ach ne... Ist viel Timo! Nein! Ist so nett! Ist einfach zu gern! Drückt auch mit dem Gift, nur! Ja, aber nicht so... Oh Alter! Ich will nachher noch blöden Kaffee werden! Fehler! Spielspiel! Hä? Ja! Da haben sie wieder Plätze dazu! Ich will nachher in der Luft gebracht! Verrichtet den Druck des Ozeans! Ich werde die ganze Zeit voll erschüttert! Ja du Christi! Ja, ich hab meins auch noch eingesetzt! Was? Sonst wäre sie nicht gestorben! Ja, kurz! Nullwanz, komm! Nullwanz, komm! Scheiß Heli! Was? Tima! Die Wichser sollen mal... Boah! Die Wichser sollen mal... 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 Scheiße! Weckworn! Das gibt es nicht! Und jetzt geht los! Na, gut Job! Fühlt sich einfach nicht weit... Boah! Alter ey! Das Genie ist schon verloren! Boah! Boah! Die Wichser... Die Wichser... Die Wichser... Die Wichser... Ja, weil der nämlich zu überheblich mit seiner Ult war! Ja, vielleicht ein bisschen ruhiger sein... Was ist das los ey! Was ist das los ey! Der Nic... Nico ist 5... Und der ist neu! Ja... Ullllllllllllllllllllll... Wer hat... ey... Mit die Sterne? Willst du sterben, du Hohes? Du hast nicht sterben! Wer hat so viel Lebensraum? Ich hab den Q gemacht, der Feier. Aatrox. Ah! Also bei mir in der Mist läuft's grad net perfekt. Sorry, ich hab den Glück. Ich bin fein. Ich lauf, aber das dauert. Soll ich rauf gehen? Nee, das will ich bereuen. Dann wollt ihr am Ende eine Gefühle zu Kassio feiern. Nee, nee, lass mich. Ja, dann bist du... Ja, dann bist du... Oh, ihr habt kein Ulti, mein Würdeskanzler. Habt ihr kein Gefühle. Huah! Soll ich die Gefühle mitnehmen? Ich fang mal mit. Njump! 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 Ich muss oder so gleich weg. Ja! Hau ab, Gerrit. Das hast du nicht. Nachher ist da noch der Jungler. Der welcher? Der hat Flash raus. Der hat einen Jungler ist da. Da ist er! Da ist er! Oh, es macht� einzähl, ich muss reale wissen! Hälfte ja! Nein, nein, nein zus. Damit kann ich nicht mehr mal passen. Achtung! Die Jungs sind verrückt! Ich hab mein Leben geopfert. Nein, ach so. Ja, hab ich schon gar nicht mehr weg. Ne, ich hab mein Leben grad geopfert dafür. Okay, das weg, Pity, das überleben wir nicht. Nein, Schmittlane ist hart gepusht. Das weg, Pity, das überleben wir nicht. Bitte, bitte. Oh, Leck, der da ist. Ja, der da ist. Scheiße. Ja, Gerhard, ich für wen's die Jeans bekommen. Die hab ich doch die ganze Zeit gesagt. Ja, wenn die kommt, dann geh ich rein. Ich komm auch. Oh, Nico, da ist ein Adlerz, der kommt bei dir. Nicht viel weiter drüber. Und jeder bin. Jawohl, der passive Rauch. Na, den kriegt der jetzt, jawohl. Was ist das? Was ist das? Vorsicht, Nasus, kommt der in die mit. Ha, ha, ha. Nickel ins Gesicht, ey. Da war nice. Der war auch gelacht. Ja, der war max range. Echt? Ja, weil du da reinläufst, wo sie als erstes hinschießt. Die ist schon... Ich bin back in game. Blog손. Ja, Dean. Nicht so... They are the Holiday. Pass surflим das auch. Und dass es es ist ist es ist und ich bin tot. Und die ist es ist es, blaren. Die ist wie sie für mich exterior, die ich immer nichts ist. Die stehen aus und mit vier. Stephenings, Mat rim, mit V из, Mütter gehen. Lang über mich jetzt. 되고 mejoradoraować ja mann die waren in unseren jungle erst als wir ss gesagt haben ja das ist schon früh gesagt die waren noch nicht mal sichtbar und wir haben schon ss gesagt ist das level 7 der drückt nur damit ja ich konnte nicht mehr ich hatte den dann eben raus ja und wir haben hier drei gegen zwei die ich kann euch noch nicht mal richtig helfen weil ich so unter obwohl ich bin level 8 aber der A-Cons ist level 10 und Kassiopäer LL wäre schön wenn ich den Fisk die Last-Hits lassen würde und mich bei den Kuma staken könnte ja hau ab er hat aber er hat sie muss was er ist ich habe Ich hab 10 HP! Nein! Power up! Minions hat mich gefroßt! Ah! Fuck! Oh! Ich hab nur noch... Krass! Ah! 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 Nein! Ich will weg! Ah! Oh! Jetzt geht's doch den Ältesten weiter! Unlock me! Nein! Hook! Hook auf du! Ich komm! Hook, hey! Schaff ich nicht ohne Mana! Run! John, komm zu mir! Oh, Ruhe! Ich... Wir können nicht rauf! Die sind zu dritt! Ja, und Artrocks ist gefiedelt! Ich hab keine Mana! Nee! Komm, wir probieren! Weiter! Lust nicht! Halt mich jetzt unten! Äh! Also, ich bin doch... Sie sollten weitermachen! Kevin! Tim! Ich kann meine Kuh nicht stacken, weil ich einfach die ganze Zeit tief weiß! Artox, geh weg! Artox, now! Ich hab keine mehr... Oh, danke, Kevin! Du bist mein Leid! Kevin, du bist mein Leid! Kevin, du bist mein Leid! Timo! Peace! Schieß! Gut! Hier unten! Ich hab noch... Ich hab noch... Dings! Oh, was gefällt so gut! Der passt ruhig an! Nein! Das war nicht so schlau, Gerrit! Na, ich muss back! Wir eisen uns doch noch so gut! Mach dir, mach dir, mach dir! Kill! Teamfighter sind mich die besser auf! Man, Hook hat Cooldown! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, geil, dass ich da hoffe! Oh nein! Der fliegt! Bin unterwegs! Oh, Mann! Was solltest du kommen? Ich kann sie mit ablocken von, ne? Ich hab... Hä? Ich hab in elf Sekunden wieder ulti! Zehn, neun... Oh nein, ich hab schon ulti! Ich hab wieder ulti! Ich hab in elf Sekunden wieder ulti! Timo's on the way! Timo's on the way! Was machst du da? Du bist Supporter und kein Tank! Okay, Arthrox ist wirklich... Ich hab auch gerade schlau mal besser! Ja, boi! Ja, boi! Ich hab meine... Nein! Nein! Boah! Der Hauptraum! Ich bin down! Jawoll! Schön nach oben! Ich kann dir nicht helfen! Bici! Bici ist schon weg! Bici ist schon weg! Ne, ich bin los weg! Ich hab mir noch... Oh, fuck, Alter! Was machst du dir? Die Kili, die Kili! Okay, natürlich! Der Kili. Der Kili! Musik D Warte auf mich Warte auf mich Damit du dich wie der Künstler Ich glaube ich geh mal in unseren Jungle um Warte Damit die nicht verreckt Echne Ah Ah Oh mein Gott Renn einfach nur in Feuerdeutschung Heschen Oh nein! Wie viel Damage haben die mir gestorben? Hau die los! Schaffen wir das? Nee! Oh! Zeig doch! Nein! Steven, wir haben auf die Maure viel! Du fährst dir den! Teste! Immer Marshmallow blend! Marshmallow blend! Marshmallow blend! Marshmallow blend! Oh, ich weiß nicht! Oh, ich weiß nicht! Hinter ihm brauchen welche! Doch, den halt nicht aus, aus den Federn zu machen! Ich schaue jetzt mal zum Sacken, mal der Q und dann bin ich! Steven, wir kochen, dass ihr das zweite ist! Ah, der war sonst! Alter, ich stehe 13! Oh, bei dem Fall ist Sonja! What the fuck, ich will damit zählen! Was bringt eigentlich Sonja? Wenn das aktiviert, musst du 2 Sekunden lang mal Tasma! Alter, das ist so scheiße, dass sie uns schon so early, dass sie uns direkt am Anfang invaded haben! Ach nee! Das ist normal! Da oben? Muss keiner alleine hingehen? Ja! Ja, ich werde jetzt auch in den Gang! Oh mein Gott! Ich komm! Ich komm! Ich komm! Einfach mal drücken! Was machst du immer? Aaaaah! Einverwinder wurde gedreht! Alter, das wird immer schön! In 6 Sekunden machen die mir 1800 Splendid! Nein! Doch, Splendid! Nein! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Verstär die Druck des Ozeans! Jungs, ich bin so useful, im Moment! Ja, wie gut! Ja und? Der darfst du rum! Mit mir kann man nichts anfangen im Moment, alter! Ich bin so... Welch levels? Ich bin Level 10! Pass auf Arthrox! Ja und ich bin 11! Sekundär, Arthrox ist 12! Kevin, ich mach aber kein damage! Ich hab 120... Los, Timo off. What the hell? Das ist... Das ist nix für Abbruchs. Abbruchs muss mindestens 300 AD haben damit er mal richtig krass damage hat. Fuck. Das sollte ich immer nicht sagen. Ich komm, ich komm, ich komm. Warum? Oh, Alter! Der macht mir in 6 Sekunden 1800 damage. Wie und jeder ist der Lister? Der ist gar nicht gefehlt. Der steht 1-3. Und sie verlass es. Niko, Niko, Niko. Das war Greedy. Das war nicht. Jump! Der wird ja nicht. Ah, mein Bruder! Bruder! Oh, mein Gott. Ja, Teller. Pass auf, Tower ist weg. Und er zoget sich hin. Und er verbindet sich hin. Leute, das kommt hier frei, Alter. Ja. Und PD? Ja. Hör, du mega gefüsst, äh. Aber ich... Ich hab nicht gefehlt. Du geh weg. Der Piz macht das. Doch nicht. Alter, Mann. Ihr könnt das Spiel hier sogar ohne uns besser gewinnen. Ja, und, Jo, du kannst nur für den 3, 6. Ich steh 3, 6. Ich steh 1. Ich steh 1. Wir stehen 9, 4. Tja. Die waren ja mit 3, als ich angefangen hatte. Warum? Meine E-Pots wirken noch. Ach, du fuck. Ich kann schon wieder zurückgehen, weil die mir eine Q reingespritzt hat. Nee, eine D. Cool. Hä? Warum? Nein. Doch. Du baust mit Atrocks erste Fleiß. Denkst du, die die in Baron? Nee, die sind auch zu low. Das ist genau wie mit Würden. Mit Würden kannst du dir ausüben. Ob du mit Watu anfängst. Hier war noch ein Atrocks. Geh weg, geh weg! Geh weg, geh weg! Geh weg, geh weg! Bin noch ab weggehen! Also wir stehen noch ganz so schlecht Northwestern 30 stimmen wir auch noch ja und die haben eigentlich keine chance doch du wirst am anfang mit zwei achten ich hab hier beim red geholfen hallo was macht ihr da ja toll dings und dings sind im jungle und jungle da während ich alleine dagegen ja ich komme dann Ich schiebe da nicht Guck mal ran hier Oh f**k Hier ist Atoms Und da sind wir hier Ich bin down Ich bin down Ja der Atoms ist hier He 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 Ja Kein einzigen Tower Ich bin verrückt Wir haben nicht ne Woll Wie toll ist hier Tower Daim Ja Kevin du musst hier stehen gleich Aber die Zeit auch Ach die holt die Hände einfach so Wollt ihr? Wollt ihr? Wollt ihr? Der Atoms ist hier gleich über die Seite Ja 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 und Ist da nicht? Ja Das hättest du mal machen müssen Hatte ich Nein hat sie nicht Kevin hält doch Ich bin noch am dritten Wer ist denn Wer wäre denn Ich hab's dann Ich hab's dann Ich hab's dann Doch Nein dann hätte er mich ja nicht angreifen können Aber er hat mich angegriffen Das hast du nicht gestanden Aber wenn man nicht so viel Schall ist Alter Ich hab's dann verloren Nix ist verloren Alter wir haben keinen Tower Weg Falls dir noch nicht aufgefallen ist Wir kriegen das hin Spiel nach Predator 1 Ja bitte Eigentlich müssen wir ja alles spielen Dann müssen wir wieder rein Ach ne Es lohnt sich voll Ja fang wenn der Game hier zu Ende ist Na los Bot Komm jetzt Warte Wenn der Game hier zu Ende ist mach doll live Lucifer ich helfe hier geh ho Was ist das heute? Nauti losrennt Achtung Der ist es da kommt Nein Wir müssen bloß zusammenbleiben Wir müssen zusammenbleiben Ach ne Ich würde die Q endlich was decken würden Oh fuck Nauti Oh danke Haha Das wird ein voll idiot Wir haben alle so gut Wir haben alle so gut Wir haben alle auch nicht aufgesehen Ich komm ich komm ich komm Wie viele Kids hab ich denn jetzt? Genug Vier Oh elf Komm die kriegen wir Komm da Ich hab auch ein Kid Du nenn Ich muss weg Ich muss weg Ja dann geh Beld Geht lieber Geht alle weg Alleine habt ihr keine Chance Der Alice hat das einzige Überlebende Kannst du hocken Ich hab jetzt das Ihr seid Den Alice da alleine fiesst nie mehr Der kann die nicht spawnen jetzt also Ja dann bin ich mir sicher Ich würd lieber weg gehen Seid ihr gleich alle tot und weg sind Ja ich geh ja back Also ich geh back All back All back All back All back Oh Eddie Ich würde aufpassen Der Alice geht auch back Versucht er jedenfalls Ja Der macht das richtig Spaß Das Spiel Äh was schaut man sich nach Bitch Sonjas Bitch Nofrag Grabe das Nofrag Nofrag Nein Also dann Hier ist kein Nofrag Warum hast du die Höhekertsbogen geholt Warum Warum Weil ich Timo Weil ich Timo Oh ja Jetzt hab ich wenigstens mal Angriffstempo alter Los voran Denkst du hab ich gerade noch Ist der tot? Ja Ich hab mich gesetzt Oh nofrag Ja Noo Ihr habt mich gesetzt What the fuck Ja komm Ja komm Komm die guck Ja komm die guck Geh weg Ja Nein Ich hab gedacht das ist stimmt Oh nofrag Oh nofrag Ja aber es geht rein Hallo ich brauche euch Ich brauche euch Ich brauche euch Ich muss mich hier Samuel Samuel ist da Samuel ist da Samuel ist da Oder kannst du auch fallen Lass mich sehen da 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 Was machst du da Setz dich doch gerade ein und dich hier draus Wir haben in meinem Late Game Chef Ist so fertig Und Gary Carey sagt LOL Gary ist 21,9 in Ernst Ne Timo Er ist 20 mal gestorben? Nein Er ist 21 Ich hab neun Kills als Supporter Ja Wir warten von dir Ja 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 Hallo Von Kills hier müssen wir eigentlich gewinnen Ja Wald sogar Die Gegner sind geblieben Kann jemand die Top um durchpushen? Nein Komm da hol einen ran jetzt Hol einen ran jetzt Hol einen ran Ja ich geh top pushen Hol den mal ran Ja Nasus Bleib hier Mann Hallo ich geh top pushen Ja toll Ja jetzt pushen die bloß Geh Halt Mach weg ich hab schon hallo ich hab keine Mannheit, ich bin fast tot, geh weg ich bin auch fast tot alle weg, einfach Leute, haltet die bitte auf oh, geh back, geh back, geh back Nico, ich komm, ich komm Nico Nico, ich geh direkt weg anders bist du am Arsch von wem denn? äh, Nico, die kommen alles alles, komm weg geh weg, geh ganz schnell da, Casio, vielleicht in du bist Jings kommt jetzt grad die Casio, die ist noch weggesistelt hallo, wo gehst du hin mit Lux ja, ich bin hier ja, ich hab gesehen, hier ja, du bist einfach weitergerannt weiß, da ist erkannt du rannt, Routy schau hol ran, was du nicht dran wollen kannst ich geh wieder hol ran ulti teamfight, ich komme ich mach das aber ich kann die leider nicht mehr ich komm auch noch nicht mehr ich hab Alistair noch gestern nein die machen damage ich bin nicht da ich bin nicht da ich bin nicht da äh, Arthrox will mich was sei was auf hier Arthrox, Arthrox da Arthrox mach dich hey nooo sooo eine scheiß datte geht dir da rüber ich guck dir also von den Kills müssen wir weit führen gg 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 gg